Von eurer Geburt bis zum heutigen Tag seid ihr den Weg des Lebens schon gegangen. Auch in euren noch jungen Jahren waren schon viele Wege dabei, die für euch bedeuten und wichtig waren. Und wir wissen, dass ihr niemals alleine auf diesem Weg seid. Es gibt immer Menschen, die mit uns gehen. Manche waren immer an unserer Seite. Manche begleiten uns nur auf einer kleinen Wegstrecke. Ich heiße Sabine und so klein war mein Fuß und meine Hand, dass meine Mutter nicht geboren hat. Mein Name ist Mama. Als ich die Hausbrüder habe ich meine Eltern mit ihm diese Geschichte gebracht. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich habe mich nicht mehr erinnern. Ich bin der Baum. Diesen Schuh habe ich, glaube ich, gelernt. Zuerst bin ich auf die Gefahr. Ich habe fünf Wörter zu mir gesehen. Ich habe fünf Wörter zu mir gesehen. Ich bin Wilena. Als ich in die Schule kam, ist sie das Neue für mich geworden. Es gibt mir fünf vier Pläne für die Erfindung. Die Gemeinschaft und die Klasse macht uns das Wörter besparen. Ich heiße David. In der Freitag am Wochenende und in der Ferien bin ich viel unterwegs. Wenn ich die Spiele mit meinen Freunden gehe und füge mich. Mein Name ist Julia. Manchmal geht es mich ganz so gut. Dann freue ich mich, dass es meine Menschen gibt, die immer für mich da sind. Meine Eltern, meine Eltern und meine Eltern sind immer für mich da. Und ich bin die Jesus. Und ich glaube ganz fest, dass Jesus und sich alle wieder begrenzt. Und dass er immer für mich und der Freude meines Erfindung ist. Wir alle sind ganz verschieden und einzigartig. Und auch unsere Leben sind wirklich unterschiedlich. Aber Jesus nimmt uns alle so an, wie wir sind. Er bietet unsere Freundschaft an. Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.